Was ist das Einzigartige an dieser Situation, dass wir es hier mit einem System zu tun haben, was zwar einen grundlegenden Wandel erfährt, allerdings eine Kontinuität im Bereich der Herrschaftseliten. Vergleichbar ist also im Wesentlichen nur die Entstalinisierung. Das heißt, wie kann ein autoritäres System Teile der eigenen Vergangenheit revidieren, ohne das eigene System zu destabilisieren. Mao Zedong und die chinesischen Machthaber gingen in der Kulturrevolution Mitte der 60er bis Mitte der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts zum bürokratischen Parteiapparat und den Intellektuellen auf Konfrontationskurs. Schulen und Universitäten wurden geschlossen, Parteikader und Professoren verfolgt, Schüler und Studenten aufs Land verschickt. Wer sich widersetzte, wurde verhaftet und interniert. Auch die letzte Phase von Maos Herrschaft forderte Millionen von Opfern. Bald nach Maos Tod wurden drei enge Vertraute und Maos Witwe zur Rechenschaft gezogen. Sie kamen als sogenannte Viererbande nach einem Schauprozess in Haft. Das Volk war aber damit noch nicht zufrieden. Es gab einen ganz starken sozialen Druck von unten durch Petitionen und vielfältige andere Bewegungen, die sich jetzt mit Phänomenen beschäftigten, die man nicht unbedingt der Viererbande anlasten konnte. Es gab also sowohl Prozesse von oben, das heißt man musste viele Kader rehabilitieren, um die neue Politik umsetzen zu können, aber gleichzeitig auch einen großen sozialen Druck von unten, um auf diesem Weg schlicht und ergreifend Druck vom Kessel zu nehmen. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre wurden in China Millionen von Menschen offiziell rehabilitiert. Schulungsmaterialien für Gerichte und Parteigremien in den Archiven der Freiburger Sinologen legen davon Zeugnis ab. Dazu kommen Einzelfallakten. Weil die chinesische Führung keine Akteneinsicht gewährte, haben sich die Freiburger Forscher ihr Material in China bei Antiquariaten, Privatsammlungen und auf Flohmärkten beschafft. Die Akten liefern wichtige Erkenntnisse für die Vorgehensweise bei den Rehabilitierungen. Hier haben wir es zum Beispiel mit einem Bauern zu tun, der bereits in den 50er Jahren verurteilt wurde als Konterrevolutionär, weil er angeblich bei der Ermordung eines kommunistischen Kaders involviert war. Das Interessante an dieser Revisionsbewegung ist, dass sie sich also nicht nur auf die Kulturrevolution bezieht, sondern bis in die 1930er Jahre zurückreicht. Also auch alte Fallakten wurden revidiert. Hier drin finden wir jetzt also alle Akten, seinen Aufenthalt im Arbeitslager und seine schließlich Rehabilitierung aus dem Jahr 1979. Und die Schwierigkeit für uns ist also, aus diesen Einzeldokumenten dann eine kohärente Fallstudie zu machen. Da helfen dann etwa solche Quellensammlungen. Hier haben wir jetzt mehrere hunderte Einzelfälle, aber aus der gleichen Arbeitseinheit, sodass man also relativ gut sehen kann, wie das Ganze auch in einem größeren Sample verhandelt wurde. Die Forschung der Freiburger Sinologen ist weltweit einzigartig. Die in China gesammelten Materialien helfen zu erklären, wie sich die chinesische Führung trotz allen Unrechtes gegen das eigene Volk an der Macht halten konnte. Es ist so, dass wir bislang uns immer auf sehr einfache Erklärungen der Regimestabilität oder auch Legitimität verlassen haben, dass also das Wirtschaftswachstum oder die brutale Macht im Wesentlichen den Zusammenhalt garantiert haben. Durch diese Untersuchung können wir aber doch deutlich erkennen, dass eben viel mehr an Aufarbeitung auf unteren Ebenen passiert ist, auch wenn es nie an die Öffentlichkeit gekommen ist. Und von daher ist diese Forschung auch ganz relevant für Fragen der Regimestabilität. und von daher ist diese Forschung auch ganz relevant für Fragen der Regimestabilität. Vielen Dank.